Musik Ja, hallo, ich bin Gio, ich bin Maler und beschäftige mich mit dem Thema der Raum in der Malerei im digitalen Zeitalter. Der Raum bedeutet natürlich sehr viel für uns Maler. In allen Zeiten haben wir versucht, Raum auf der Fläche darzustellen, indem wir ihn simulieren mussten. Heute sind wir an einem Punkt, wo wir mittels der modernsten Technik den Raum erweitern, nämlich in einen sogenannten Cyberspace. Dieser Raum, in dem wir zum ersten Mal über diese heutige und moderne Technik eine Möglichkeit erhalten, Bilder, sprich Gemälde, neu zu erfahren, neu zu entdecken, nennen wir boundless paintings oder auch immersive art spheres. Ein Bild zu betrachten, speziell ein Gemälde, erfordert viel mehr. Es erfordert ein gewisses Know-how. Es ist viel mehr ein Tor, durch das wir schreiten. Durch unsere heutige neue Technik sind wir gefordert, speziell auch wir Maler wieder, wir Künstler, diese Techniken anzunehmen und mit ihnen zu arbeiten. Und das auch natürlich mit der Zusammenarbeit der Firma wie Sensor hier an Stuttgart, die es ermöglicht, Kunst für uns heute neu erfahrbar zu machen. Und wer weiß, vielleicht ist dieses Neue, was wir hier haben, diese neue Anwendung, diese neue Technik, diese Immersive Artsphere-Geschichte schon der erste Schritt in eine neue Form der zukünftigen Malerei. Das wäre für mich ein großes Anliegen und eine große Freude und ich denke, dass wir dadurch auch tatsächlich in der Lage sind, Kunst erneut wahrzunehmen.